Yo Leute, wie ihr seht habe ich hier einen Brief bekommen. Machen wir es mal auf. So. Schauen wir mal rein. Und zwar haben wir hier einmal Quest Amis für die NES. Das ist richtig nice, also in guter Zustand. Tipptopp. Yo Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann.